So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Gerade noch kurz mein Fan-Chat geschaut, gesehen, Tobi hat schon wieder einen Link geteilt. Bin ich kurz mehr auf die Neuigkeiten und da ist wirklich ein Artikel da. Wir wussten ja schon, dass am Samstag, diesen Samstag, Top-Rates sind der erste Termin für Top-Rates. Wir wussten nur nicht, was drin ist. Rigi Drago oder Rigi Eleki, eklig, wie das heißt. Auf jeden Fall, diese zwei Teile kommen ja in Top-Rates, warum auch immer. Ich kann es nicht verstehen. Die Regis waren jetzt da, Rigi Gigas hätte noch gefehlt, dann die zweimal in Fünfer-Rates zu packen eine Woche. Okay, warum nicht? Jetzt Rigi Gigas gibt es gar nicht. Sie tun zumindest so, als gäbe es das nicht und packen jetzt einfach Rigi Drago in den Top-Rate. Das heißt, viele werden das verpassen, werden das gar nicht machen, weil Top-Rates musst du vor Ort sein. Kannst du nicht einladen, kannst nicht eingeladen werden. Leute, die jetzt bei sich alleine sind, ohne Community. Was nützt euch da irgendwie? Pogo-Rate oder Pogo-Genie. Das bringt ja alles nichts. Ihr steht dann alleine da. Ihr müsst dann zusehen, wie ihr klarkommt. Ja. Soll natürlich die Leute mehr zusammenbringen. Wieder, wie bei X-Rates, Top-Rates. Dass die Leute rausgehen und sich an der Arena treffen. Aber eine Jentic sieht nicht. Wir sind im Jahr 23 und nicht mehr 2016. Früher gab es gefühlt vielleicht mehr Spieler auf einer Fläche, dass wenn du irgendwo hingegangen bist, da waren Raids, standen auch andere Leute und ihr konntet euch begrüßen. Jetzt zu sagen, okay, wir wollen euch zwingen, zusammen zu spielen, weil ihr faul seid, stinkenfaul. Es aber gar nicht an der Faulität liegt, sondern dass man einfach alleine am Raid steht und auf Fan-Rates angewiesen ist, wenn man einen bestimmten Boss besiegen möchte. Das sieht ein Jentic irgendwie nicht. Ja, das heißt, manche haben eine funktionierende Community, bei denen würde das sicherlich klappen. Die werden da mit 15 Mann an der Arena stehen, werden das Ding kloppen, zur nächsten Arena ziehen, das Ding kloppen und so weiter. Aber viele werden jetzt auch in die Röhre gucken bei diesem Teil. Keine Ahnung, wie es mit dem Teil weitergeht, wann das kommt, ob das gut ist. Es ist wahrscheinlich eh nicht gut. Ihr verpasst an sich eigentlich nichts, außer vielleicht den Pokédex-Eintrag. Jetzt aber kurz nochmal zu den Fakten, was hier also steht. Rigi Drago erscheint in Top-Rates. Schlägt euer Herz für Drachen-Pokémon. Bald könnt ihr euch Rigi Drago bei Top-Rates stellen. Rigi Drago erscheint zum ersten Mal bei Top-Rates in Pokémon Go. Rigi Drago schlüpft zu den folgenden Zeiten. Samstag 11. März um 11 Uhr. Samstag 11. März um 14 Uhr. Und Samstag 11. März um 17 Uhr. Also wie auch sonst die Top-Rates immer waren, an X-Rate-Arenen. Um 11 Uhr, um 14 Uhr, um 17 Uhr. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr keine X-Rate-Arenen habt, habt ihr also auch Pech. Wenn ihr eine habt, dann müsst ihr mal schauen, ob 11 Uhr, 14 Uhr oder 17 Uhr dann da so ein Ding aufgeht. Ist ja meistens 24 Stunden vorher schon sichtbar. Habt ihr Bock? Freut ihr euch? Oder sagt ihr jetzt kompletter Mist? Weil ich habe keine Chance, das zu raiden oder daran zu kommen. Zu welchem Lager gehört ihr? Befristete Forschung gibt es auch noch. Trainer, die einen Top-Rate bestreiten, können an einer exklusiven befristeten Forschung teilnehmen. Diese befristete Forschung kann nur einmal erhalten werden. Schließt die Feldforschungsaufgaben ab, um Rigi Rock Bonbons, Rigi Eis Bonbons und Rigi Stil Bonbons zu erhalten. Was sind Top-Rates? Top-Rates sind eine schwierigere Variante der regulären Raid-Kämpfe. Sie entstehen aus besonderen Raid-Eiern, die 24 Stunden brauchen, um zu schlüpfen. Sobald das Raid-Ei geschlüpft ist, kann der Top-Rate-Boss für 30 Minuten herausgefordert werden. Finde ich auch doof, weil normale Raids halten ja 45 Minuten. Wenn du wirklich mehrere hast in der Stadt und raidest den einen, musst zum nächsten und raidest den einen, musst zum nächsten. Nach 30 Minuten sind alle wieder weg. Also hätten sie wenigstens 45 gemacht, dass du gemütlicher zusammen als Gruppe auch von Raid zu Raid ziehen kannst dann. Warum auch immer 30 Minuten, 45 wäre gut gewesen. Allerdings müsst ihr dafür persönlich vor Ort sein. Trommelt eure Freunde zusammen, stellt euch auf einen epischen Kampf ein. Wenn ihr Rigidrago bei einem Top-Rate besiegt, habt ihr die Chance, das Pokémon zu fangen. Aber denkt daran, es ist nicht möglich, mit Fan-Rate-Pässen an Top-Rates teilzunehmen. Also das Ganze nochmal, wie gesagt. Ich selber muss mal gucken. Pupsi ist vielleicht da, dass ich zusammen mit ihr wenigstens den Raid machen kann. Wenn sie jetzt zwei Accounts nimmt, ich nehme zwei Accounts, dann haben wir vier Accounts. Ist bestimmt immer noch zu wenig, um es zu schaffen. Multi-Accounting ist auch noch verboten, darfst du also eigentlich auch nicht. Wir würden also auch in die Röhre klotzen. Ihr seid natürlich herzlich wieder eingeladen, wie auch bei den Hopper-Top-Rates, die wir damals gemacht haben. Wer reisen kann, kann gerne vor Ort natürlich mithelfen. Ich werde Koordinaten posten. Ich werde meinen Ablaufplan posten. Ich werde 11, 14 und 17 Uhr streamen unterwegs mit dem Handy, dass ihr seht, wo wir sind. Welchen Raid wir machen, wenn wir reingehen. Und ihr könnt mir helfen. Ihr könntet natürlich auch einfach an den Hotspots irgendwo eure Pässe verbraten. Oder ihr helft einfach mir. Das finde ich total toll. So als kleine Community. Ansonsten hätte ich nämlich auch keine Chance. Aber ich möchte nicht irgendwo an einem Hotspot für mich alleine spielen. Ich möchte vor Ort spielen, so wie es sein soll. Und euch da teilnehmen lassen und das zeigen. So. Komische Situation. Aber naja. Haben sie so gemacht. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.